Hallihallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Podcast-Folge. Ja, schön, dass ihr auch wieder mithört heute. Wir haben ganz viele Einsendungen bekommen an Fragen. Vielen Dank dafür. Man hat das jetzt immer so, wir vervollständigen jetzt einfach unsere Sätze. Ich finde, das war gerade richtig smooth. Voll gut. Guti. Soll ich die erste Frage schon vorlesen oder willst du noch was aus deiner Worte? Wir waren am Wochenende auf dem Familientreffen, das war sehr schön. Ja, stimmt, das war sehr schön, aber wir haben jetzt hier einen Dopaminkater. Das ist gerade eher das Thema, dass wir ganz schön durch sind jetzt. Ich habe da, kann ich die Folge, Podcast-Folge von Neurodiverdings empfehlen, die heißt Dopaminkater. Neurodiverdings, alles zusammengeschrieben. Ja, aber das ist lustig, weil Marlies hat irgendwie so gefragt, gibt es sowas wie einen Dopaminkater? Ich glaube, ich habe einen Dopaminkater. Aber ich habe mein ganzes Dopamin rausgeballert und ja, es gibt einen Dopaminkater. Also bei Menschen mit ADHS, ne? Ich weiß nicht, ob das bei Menschen ohne ADHS auch gibt, aber... Ja, aber... Also ich merke es total deutlich, dass ich jetzt diese Woche bisher einfach so vollkommen... Ich habe das Gefühl, ich stehe voll neben mir. So, ich bin irgendwie, ich weiß auch nicht, unruhiger. Es ist schwieriger für mich, mich zu regulieren. Ich bin auch einfach erschöpfter, müder. Ja. Bin einfach so am Kopf auch so ein bisschen durch. Die beschreiben auch, dass sie... Also die eine meint auch, dass sie jedes Mal, wenn sie feiern war, auch wenn sie nichts getrunken hat, dass sie dann halt so viel Dopamin ausgeschüttet hat, dass sie am nächsten Tag, auch wenn sie was getrunken hat, glaube ich, ich weiß nicht, dass sie dann auch immer so alle Lebensentscheidungen hinterfragen hat. Also dass sie dann irgendwie ausziehen wollte in eine andere Stadt, sich von ihrem Freund trennen und so. Und dass es dann so voll so ein Ding war von, ah ja, okay, wenn ich feiern gehe, die zwei Tage danach will ich mich immer von meinem Freund trennen. Aber das hat nichts zu bedeuten so. Das ist irgendwie witzig. Spannend. Weil wenn ich drüber nachdenke, wenn ich mich, also in früheren Beziehungen habe ich mich immer getrennt und das war immer nach großen Events. Okay. Ja. Naja, bisher haben wir schon viele große Events überstanden. Ja, 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 schon. Aber ich fand es irgendwie, also das eine Mal war es halt nach meinem Amerika-Aufenthalt. Also da war ich ja nur drei Wochen in so einem Austausch. Und das andere Mal nach einer Klassenfahrt. Okay. Ja, krass. Ja, krass. Aber das ist spannend. Das klingt aber auch einfach sehr nach Kater. Also das klingt einfach, das ist einfach so die Definition von kein Dopamin mehr. Aber ich kann das schon nachvollziehen. Ich hatte auch solche Phasen in meinem Leben, wo ich einfach so alles hinterfragt habe und irgendwie hätte ich am liebsten alles hingeschmissen und irgendwie irgendwas gemacht, was mir mehr Dopamin bringt. Und hinterfragst du gerade was? Gerade? Ja, jetzt gerade? Nö, gar nicht. Okay, also ich hinterfrage unsere Entscheidung, wie viele Kinder wir haben. Okay. Möchtest du dann das noch näher erläutern oder lassen wir es einfach so stehen? Ja, ich denke mir dann immer, ich möchte noch viel mehr Kinder. Ja gut, nach dem Familientreffen ist das halt auch nochmal, ja. Aber das ist halt schön. Mali hat halt so eine große Familie und dann kommen so viele Leute zusammen und alle sind glücklich und freuen sich und haben sich gern, was glaube ich auch einfach nicht selbstverständlich ist, bei so einer großen Familie. Aber das ist schon toll. Und deshalb kann ich das schon nachvollziehen, dass wir dann von dem Familientreffen kommen und Mali sich denken, ach, das will ich eigentlich auch. Ja, okay, gut. Dann würde ich sagen, wir starten mal rein mit der ersten Frage. Oder ihr fühlt euch ausreichend geupdatet über unser Privatleben, denke ich. Ich würde das einfach mal vorlesen. Du hast auch ein paar Fragen mitgebracht, ne? Mhm. Ich habe hier eine ganz kurze. Hey, liebe Mali, hast du einen Tipp für mich, wie ich am besten damit umgehen kann, dass mein Sohn vier Jahre vom Kindergarten kommt und alles ist kackerscheiße und du alter Arsch und so weiter? Du alter Arsch. Ganz liebe Grüße. Du alter Arsch, das finde ich super. Also ich persönlich, willst du erst darauf antworten? Nö, mach ruhig. Ich persönlich finde Schimpfwörter lustig. Die waren auch wirklich sehr lustig jetzt. Ja, ich glaube, ja, stimmt, wenn es irgendwie brutalere Wörter wären, dann würde ich wahrscheinlich also sowas wie, davon hast du im Podcast sagen. Nein. Oder so. Nein, nein, nein. Dann würde ich tatsächlich sauer werden. Ich glaube, unser Kind hat einmal ein scheiß, ups, einmal ein schlechtes Schimpfwort mit nach Hause gebracht. Du hast Scheiße gesagt in unserem Podcast, das schneide ich ja mal raus. Das geht nicht. Was war das für ein Schimpfwort, was er immer mit nach Hause gebracht hatte? Ich weiß nicht. Also ich kann mich nicht mehr so richtig doll dran erinnern, aber es gab schon, also einmal hat er gesagt, du Opfer. Ah, ja, genau. Da habe ich ihm erklärt, warum das einfach gar nicht geht und dann hat er es auch nicht mehr gesagt. Ja, also ich glaube, wenn das so richtig brutale Schimpfwörter sind, da würde ich auch einfach sagen, hey du, das geht nicht. Das ist auch, zum Beispiel, wenn er jetzt auch sagen würde, bist du behindert oder sowas, was ja immer noch viele Jugendliche sagen, dann würde ich halt sagen, das ist halt diskriminierend. Also da würde ich halt einfach erklären, warum ich das blöd finde, dass das Kind das Schimpfwort benutzt und halt auch erklären, warum ich darauf sauer reagiere. Aber ich würde halt, also du kannst es ja eh nicht verbieten. Das hat mich jetzt nur, nur, also obwohl du es nur als Beispiel benutzt, hat mich das gerade so richtig so, also es hat mich ein bisschen schockiert, das aus deinem Mund zu hören gerade, obwohl du das einfach nur als Beispiel nimmst. Ja, weiß ich auch nicht, ob man das als Beispiel so sagen darf, aber also hier der Hinweis, falls ihr das sagt, weil ich glaube, es sagen echt immer noch viele Leute, das ist halt diskriminierend, weil. Ich habe das wirklich jetzt auch nochmal, ich weiß gar nicht von wem, ich kann mich nicht mehr so daran erinnern, aber ich habe das in letzter Zeit auch oft gehört, dass Leute das sagen. Ja, einer meiner Cousins hat es auch auf einem Familientreffen gesagt. Und ich glaube nämlich, dass es halt einfach, dass viele nicht so aware sind, egal, auf jeden Fall, ähm, ja, und da würde ich halt intervenieren so, aber bei solchen Sachen, Kacker, Kackerarsch oder was war das jetzt, keine Ahnung, da würde ich halt, du alter Arsch, da würde ich halt sagen, du bist ein alter Arsch, nein, du bist ein alter Arsch, keine Ahnung, also wir machen da irgendwie uns immer so ein bisschen Spaß draus. Das ist halt lustig, ja. Man kann auch so einen geschützten Raum schaffen, wo dann alle Schimpfwörter einmal rausgelassen werden, irgendwie immer, wenn wir Zähne putzen, fluchen wir oder irgendwie so, dann, ich würde ja einfach so ein bisschen die Faszination rausnehmen. Ja, voll. Ich glaube, das hilft auch einfach, wenn man, also wenn die Frage jetzt auf Schimpfwörter abzielt, äh, ich glaube, es hilft auch einfach sehr, da einfach so diesen, diesen, ähm, Scare rauszunehmen, also das nicht so krass zu bewerten und eben auch Raum dafür zu schaffen. Ich meine, wir Erwachsene fluchen auch und fluchen hat ja irgendwie, das ist ja schon eine Maßnahme, um sich zu regulieren so, also man kann jetzt natürlich auch auf Leute einprügeln, dann ist es schon mal besser zu fluchen, Leute zu beleidigen, vielleicht nicht unbedingt, aber es hat schon auch irgendwie einen Zweck und ich bin auch kein Freund davon, ähm, Kindern auch zu verwehren, sowas wie Scheiße zu sagen oder so, wir sagen auch Scheiße und dann, äh, also bei mir war das auch im Kindergarten, da durfte ich nicht mal sowas wie Mist sagen, dann kam die gleich mit erhobenen Zeigefingern, nein, Mist sagen wir hier nicht, also es wurde halt jegliches Fluchen irgendwie, ähm, war halt nicht okay. Also ich glaube, wenn man da so ein bisschen den Druck rausnimmt, dann kann man am Ende den Kind dann auch erklären, wenn halt Schimpfwörter kommen, die nicht okay sind, ähm, dann erklären, warum das nicht okay ist und dann wird das auch eher dann diese Schimpfwörter sein lassen und dann halt auf Kackerarsch oder so zurückgreifen, also auf die Harmloseren und dann ist das, glaube ich, schon die geschicktere Taktik und ich würde es einfach nicht überbewerten. Ja, ich würde es auch nicht überbewerten, weil im Endeffekt, also ich habe früher auch Schimpfwörter gesagt, die meine Eltern Kacke fanden und, ähm, wo sie auch echt sauer darauf reagiert haben und ich habe sie trotzdem weitergesagt, aber als ich erwachsen wurde, habe ich damit aufgehört, weil ich dann selber gemerkt habe, so, das wäre ich nicht. Also ich glaube, das gehört auch so ein bisschen mit dazu, dass die Kinder halt eben einfach nicht das tun, was ihre Eltern sagen, ganz ehrlich, wenn euer Kind Wörter benutzt, die ihr nicht gut findet, das ist, das ist das harmloseste an Rebellieren, was Kinder tun können, so, gönnt ihnen das einfach. Marlies, siehst du noch eine Frage vor? Ähm, hallo Marlies, hallo Martin, ich habe gerade eine schockierende Unterhaltung mit meinem fast 14-jährigen Sohn geführt und weiß irgendwie nicht so recht, wie ich ihm vermitteln soll, dass seine Denkweise total falsch ist. Er nimmt total viele Arten von toxischer Maskulinität an. Von wegen, seine Freundin dürfte nie mit Jungs raus, sie dürfte keine TikToks von anderen Jungs liken und solche Sachen eben. Ich sage ihm natürlich, dass es absolut falsch ist und er niemals einem Menschen den eigenen Willen verbieten darf. Als Antwort darauf zeigt er mir dann ein TikTok von einem Mädchen, die in seinem Alter war und meinte, sie würde ja einen richtigen, eifersüchtigen und kontrollierenden Freund wollen. Ich bin so schockiert darüber, dass ich nicht weiß, wie ich ihm klar machen soll, dass das trotzdem die falsche Denkweise ist. Hast du einen Rat? Also ich würde sagen, okay, das ist jetzt eine Einstellung und mit 14 hat man ab und zu mal Phasen, in denen man einfach sehr komische Einstellungen übernimmt und es ist am Ende auch deine Aufgabe, Werte zu vermitteln und ihnen dann zu sagen, hey, das sehe ich anders, das finde ich nicht okay, aber du kannst ihn ja gleichermaßen nicht kontrollieren und deshalb kannst du tun, was du getan hast und er muss halt in seinem Leben sich selbst zurechtfinden und selbst seine eigene Wertelandschaft schaffen. Das kannst du ihm halt nicht abnehmen. Also ich denke gerade in dem Alter, in dem die Kinder so anfangen, Liebe und sowas zu entdecken, ist es ja auch gar nicht so, also ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass es bei meinen Freundinnen und mir halt relativ normal war, dass Eifersucht halt auch so ein Ding war einfach, weil das ja was Neues ist und es wird auch immer so ein bisschen auch durch Filme und so weiter suggeriert, dass Eifersucht irgendwie was Wichtiges innerhalb einer Beziehung ist. Ist es nicht. Ist es nicht, genau, aber also ich glaube, es gehört ein bisschen mit dazu, es gehört auch ein bisschen mit dazu, wie Martin schon gesagt hat, dass Kinder in dem Alter so ihre eigenen Fehler machen, ihren eigenen Weg auch so ein bisschen gehen und ich glaube, man kann ihnen da halt Werte nicht aufdrängen, sowieso nicht. Was du halt versuchen kannst, ist, dass du was aus deiner eigenen Perspektive erzählst, irgendwie eine Geschichte aus deinem Leben vielleicht, wie du vielleicht extrem eifersüchtig warst oder einen extrem kontrollierenden Freund hattest, was dann dazu geführt hat, dass es dir halt zum Beispiel schlecht ging oder so, also ich weiß nicht, ob du so eine Erfahrung gemacht hast, aber oder dass man sich dadurch dann bedrängt und eingeengt fühlt und dass das dann halt zwangsweise dazu führt, dass die Beziehung scheitert und dass es halt eine ungesunde Beziehungsdynamik ist oder so. Du kannst ja auch sowas erzählen wie, ja stell dir mal vor, ich würde jetzt deine Nachrichten lesen und gucken, was für Sachen du likest und sowas und halt so, dass er so ein bisschen in die Perspektive vielleicht reinkommt, aber im Endeffekt ist es so, wie Martin gesagt hat, du kannst halt nicht, du kannst deine Werte vermitteln, du kannst sagen, was dein Grundwert ist, du kannst ihn fragen, wovor er auch Angst hat, aber du kannst seine Art Beziehung zu leben nicht ändern. Es ist halt einfach wichtig, da diese Gespräche zu führen und dass du deine Meinung dazu sagst und er muss einfach seine eigenen Fehler machen und ich finde das gerade auch mit den Geschichten und so ganz geschickt, weil du kannst dein Kind halt auch nicht kontrollieren, aber also wenn du jetzt sagst, nein, das ist falsch, denk anders, dann ist das natürlich Kontrolle üben und das Kind wird sich dagegen wehren, ist klar, aber wenn du halt eine Geschichte erzählst und das gar nicht auf das Kind beziehst, sondern einfach nur eine Geschichte zum Nachdenken, dann egal, wie das Kind reagiert, ob es ablehnend reagiert oder nicht, diese Geschichte wird im Kopf bleiben und es wird sich daran erinnern und es wird seine, also er wird seine eigenen Fehler machen, er wird mit dieser, also mit dieser Eifersucht wird er halt gegen die Wand fahren, weil das ist einfach so, damit macht man sich Beziehungen kaputt und so weiter und so fort. Das wird dein Kind schon selber schneiden und also dein Kind wird das noch eher verstehen, dass die Eifersucht das Problem war, wenn du halt mit deinem Kind vorher ins Gespräch gegangen bist und vielleicht auch eine Geschichte parat hattest, die dem Kind im Kopf hängen bleibt und irgendwann später, wenn es zu einer Situation kommt, wo die Eifersucht zu einem Problem wird und halt vielleicht eine Beziehung kaputt macht oder sowas, wird sich das Kind dann daran erinnern an die Geschichte oder an dieses Gespräch und weiß, okay, da war der Fehler. Du hilfst dem Kind halt einfach dabei, den Fehler zu erkennen und das besser zu machen dann. Ja, genau und also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe schon öfter die Erfahrung gemacht, dass wenn mir Sachen gesagt wurden, gerade von meiner Mutter oder auch wenn ich Dinge an Leuten kritisiere, die sie von Anfang an vehement anders sehen, dann bleiben sie erstmal bei ihrem Standpunkt, nehmen das aber für sich mit, denken drüber nach und ein paar Wochen später kommen sie zurück und sind so, ja, du hattest doch recht. Und es war bei mir genauso, also es war halt bei meiner Mutter, wenn sie irgendwas gesagt hat, ich war immer so, nein, so richtig so, hey, lass mich doch einfach in Ruhe, das stimmt alles gar nicht, was du sagst. Und drei Stunden später war es schon so, ja, sie hat halt recht, aber ich war halt einfach in dem Moment so stolz, um das zuzugeben. Ja, und das Allerwichtigste ist einfach nur auch in so einem Alter, wo sich dann auch solche Ansichten dann mal kurz aufkommen und vielleicht auch manifestieren, dass eben diese Grundverbindung da ist, diese Grundverbundenheit, dass ihr miteinander sprecht und eben da ins Gespräch geht. Und solange das der Fall ist, solange ihr so in Kontakt miteinander seid im Austausch, da kann gar nicht so viel passieren, da hast du noch, kannst du noch Einfluss nehmen damit. So, und das ist, denke ich, das Allerwichtigste, gerade in dem Alter. Gut. Marlies nickt, Marlies stimmt nickend zu. Okay, also wir kommen zur nächsten Frage. Oder möchtest du noch was dazu sagen? Nee. Ja, ich auch nicht, okay. Ich glaube, du hattest letztens mal was zur Impulskontrolle gesagt und dass man alternatives Verhalten anbieten kann, um unerwünschtes Verhalten zu verhindern. Jetzt mal eine Frage. Vielleicht hast du eine kreative Idee. Unser Sohn ist zwölf Monate und zwei Wochen. Er nimmt in unserem Garten am liebsten die Kiesel in den Mund, ständig und mit einer bewundernswerten Ausdauer. Ich weiß nicht, wie ich ihm das abgewöhnen soll. Ich weiß nicht, was ich alternativ anbieten kann. Steine wegräumen ist keine Option und Kind im Garten permanent überwachen will ich nicht, weil er so gerne die Natur erlebt und beobachtet. Hast du vielleicht eine kreative Idee oder einen Weg, wie ich ihm beibringen kann, dass Steine essen nicht unbedingt so toll ist? Ich habe halt Angst um seine Zähne oder dass er mal einen verschluckt. Ja, also ich denke, das ist relativ normal für die Kinder, dass die Steine in den Mund nehmen und die halt ausprobieren. Ich finde ehrlich gesagt auch, ich will gar nicht so dutchy sein, aber ein Kind mit zwölf Monaten alleine im Garten lassen ist, glaube ich, generell keine gute Idee. Ja, also ich... Die ja alles in den Mund nehmen und im Garten sind ja durchaus auch manchmal giftige Sachen. Also ihr müsst natürlich nicht 24-7 euer Kind beobachten, aber... Ja, also man muss nicht unbedingt komplett daneben stehen, aber gerade das mit den Steinen, das ist halt so eine Phase, die geht dann halt mal zwei, drei Monate so und in der Zeit, ja, muss man halt einfach darauf achten und das geht vorbei. Also mir fällt jetzt auch keine kreative Lösung ein, weil das Kind findet halt Steine spannend so und du müsstest dem Kind ja dann alternativ irgendwas anbieten, was eigentlich auch ein Stein ist, was im Mund nehmen kann. Also irgendwie gibt es da keine Lösung. Also ich glaube halt... Dein Kind möchte halt einfach was im Mund nehmen, finde es Steine interessant, möchte Steine im Mund nehmen und da gibt es jetzt eigentlich keine Alternative. Eins, unsere Kinder hat auch richtig lange Steine geknuspert. Geknuspert. Ja, das hört sich halt auch immer so crunchy an. Ja, da halt einfach nur so hey ausspucken und dann, ja, also ich denke mal Steine sind das... Es kommt natürlich darauf an, wie groß die sind, aber wenn die so klein sind, dann ist selbst das Verschlucken ja, die kacken die dann halt wieder aus, ne? Aber wenn das halt so murmelgroße Steine sind, dann wäre es schon ein bisschen... Da können die sich ja wirklich dran verschlucken. Ja, muss dann halt wirklich, muss dann halt im Auge haben und drauf schauen einfach... Und wenn es halt so ist, dass das Kind da ständig rangeht, dann ja Steine vielleicht nicht wegräumen, aber vielleicht irgendwas drüberlegen, weil im Endeffekt geht es ja um die Sicherheit deines Kindes und du kannst die Verantwortung für die Sicherheit deines Kindes nicht auf dein Kind übertragen, sondern entweder du stehst halt 24-7 daneben und guckst, dass es sich nicht an den Steinen verschluckt, wenn das jetzt eine Verschluckungsgefahr wäre. Oder du sorgst halt dafür, dass das Kind nicht an die Steine rankommt. Ja, genau. Also wir versuchen ja auch, haben wir auch versucht, unseren Kindern möglichst viel Jahrumgebung zu schaffen und so, aber halt in einem bestimmten Alter so, keine Ahnung, muss man halt ja trotzdem... Also man weiß ja auch schon, das ist ja auch so, man weiß ja, wo sind jetzt potenzielle Gefahrenstellen, wo könnte was sein. Weil eine komplette Jahrumgebung, in der halt alles komplett kindersicher ist, ist jetzt auch schwierig. Aber hatten wir eigentlich immer... Ja, also schon so gut es geht und dann hatte ich immer im Kopf, okay, da könnte jetzt was sein, wenn das Kind da ist, dann werfe ich mal ein Auge drauf oder so, wenn es jetzt im Büro war, zwischen den ganzen Kabeln oder so. Ja, aber da haben wir die Türen zugemacht eigentlich. Genau, also ich habe da schon darauf geachtet und man weiß ja, wo jetzt potenzielle Gefahrenstellen ist. Man muss ja jetzt nicht 24-7 über dem Kind stehen, das ja auch nicht, aber man muss wissen, okay, mein Kind ist jetzt da, da ist dieses und jenes, ich lasse das jetzt mal nicht 10 Minuten aus dem Auge, sondern gucke einfach regelmäßig drauf so. Ja, und wenn das halt so ein Problem wird, was den Alltag belastet, dann finde ich halt schon sinnvoller dann eine Plane, also ich weiß nicht, wie man das vorstellen kann, aber ich denke, dass das so am Haus einfach so ein Stück ist mit Steinen, so im Garten, so dieser Übergang, so wie das oft ist. Und da würde ich dann vielleicht auch einfach eine Plane oder so drüberlegen und das halt mit großen Steinen absichern. Das gehe ich jetzt noch drei, vier Monate so, dann könnt ihr die wieder wegmachen, aber dann hast du jetzt nicht den Stress, weil das ist ja auch für dich mental low, wenn du weißt, aber mein Kind geht da vielleicht an die Steine. Ja. Also. Okay. Also ja, die nächste Frage lese ich vor. Hallo, ich folge euch beiden schon länger auf Insta und höre auch gern euren Podcast. Hat sie nicht geschrieben. Hallo Martin. Hallo Johannes, steht da. Okay, dann lese ich nochmal neu vor. Nein, das ist okay. Das ist okay. Du kannst das auch drinnen lassen, weil ich finde es lustig, weil bei mir hat sie geschrieben Hallo Marlies und bei dir, die Leute sind ja verwirrt, weil er heißt Martin, nicht Johannes. Ja, ich heiße Johannes Martin, aber mein Rufname ist Martin. Das haben meine Eltern sich ganz lustig überlegt. Aber ich finde auch, dass Johannes Martin besser klingt als Martin Johannes. Ich glaube, du redest dir das einfach nur ein, weil es macht halt einfach keinen Unterschied. Johannes Martin float besser als Martin Johannes. Martin Johannes. Nie. Ist ein komischer Übergang. Martin Johannes. Ja. Ist ein lockerer Übergang. Du redest dir da was ein. Nein. Okay. Ja. Hallo Johannes. Aber ihr könnt mich auch gerne Martin nennen, aber ich bin auch nicht böse. Nein, ihr müsst ihn Martin nennen. Er heißt nicht Johannes. Ich bin auch nicht böse, wenn Leute mich Johannes nennen, weil das ist natürlich durch den Namen nämlich alle. Hüreführend. Johannes. Nennt ihn einfach Super Daddy Ehrenmann. Martin. Okay, aber hier steht Hallo Johannes und ich nehme es auch niemanden über, weil das ist für mich okay. Und der Sohn hat einfach, nennt seinen Papa jetzt Ehrenmann, weil ich ihm das gesagt habe. Und außerdem sagt er immer, wenn die Kinder laut sind, also wenn die so laut sind und durcheinander rennen, also er und seine Schwester, da sagt er so zu mir, haha Mama, jetzt bist du im Ehrenhaus. Das ist übrigens auch diskriminierend, das darf man nicht sagen. Scheiße, das habe ich ihm gar nicht gesagt. Naja, okay, schneid das einfach raus. Das hat er aber auch nicht von uns, sondern muss er irgendwo anders her haben. Das hat er bestimmt von seiner Oma. Also jetzt kommt die Frage. Hallo Johannes, ich folge euch beiden schon länger auf Insta und höre auch gerne euren Podcast. Ich finde es auch spannend, dass ihr uns mitnehmt in die Richtungswechsel, die ihr teilweise macht, weil es auch zeigt, es ist einfach ein Herausfinden wie für alle. Ich habe aber eine Frage. Ihr habt ja gesagt, dass ihr nun etwas weg von BU, mehr so in klarer Führung, aber frei innerhalb der vorgegebenen Strukturen seid. Ihr macht dann das Beispiel von, früher haben wir immer Wahl gelassen, Essen, Kleidung, und heute würdet ihr das nicht mehr tun. Könnt ihr etwas genauer erläutern, wie ihr das denn macht und warum? Also warum sollte das Kind nicht mehr auswählen dürfen, ob es die blaue oder die gelbe Hose tragen will? Ist das nicht auch ein Ausdruck von Persönlichkeit? Und wie geht ihr denn damit um, wenn diesbezüglich ein Konflikt entsteht? Lieber Gruß aus der Schweiz. Das ist eine berechtigte Frage, weil ich glaube, es wurde ein bisschen falsch verstanden. Ja, genau. Aber es kann auch sein, dass wir das einfach auch ein bisschen missverständlich ausgedrückt haben. Es ist aber gar nicht so leicht zu verstehen. Eigentlich ist es simpel, aber eigentlich ist es irgendwie auch schwer. Komplexe. Ja, es ist schwer, das so rüberzubringen, dass es richtig ankommt. Ich habe ein sehr gutes Beispiel aus dem Alltag von heute Morgen. Unser Kind hat heute Morgen, also unser vierjähriges Kind sucht sich normalerweise schon komplett Selbstkleidung aus dem Kleiderschrank aus. Verlangt auch danach. Ich darf nichts mehr aussuchen. Genau. Und hat es heute Morgen gemacht, hat sich für einen Jogginganzug entschieden, der aus Flauschstoff ist. Wir haben heute 25 Grad, also definitiv zu warm. War aber seine Wahl. Und wir haben auch drüber, was ich dazu sagen muss. Ich habe ihm noch gesagt, das ist zu warm. Er wollte das dann tragen und ich meinte, okay, wir nehmen dann aber ein T-Shirt und eine Hose mit, weil das sonst zu warm wird. Genau, und unser Sohn hat sich dazu entschieden, dass der Papa das aussucht. Genau. Papa hat also was ausgesucht, eine Hose und ein T-Shirt, von dem Papa dachte, das Kind mag es, weil das es schon öfter trägt. Das ist ja auch so ein Ding. Also wir würden unseren Kindern jetzt keine Sachen aussuchen, von denen wir wissen, die tragen die nicht gerne. Dann war es so, dass wir los mussten und unser Kind hat dann doch entschieden, nee, ich muss mich ja noch umziehen, weil es ist ja zu warm, was ich anhabe. Was ich okay fand, weil damit habe ich gerechnet, dass dann, wenn es losgeht, dass das Kind dann sagt. Oder geht einmal einen Schritt vor die Tür und merkt, ach so scheiße, das ist ja ganz schön heiß. Also ich habe das auch bewusst gemacht, um den Kind quasi, um die Auswahl zu respektieren und um das Kind selber merken zu lassen, ah okay, das war jetzt vielleicht zu warm. Ich wollte mit dem Kind da nicht reinreden, deshalb habe ich auch damit gerechnet. Voll, genau. Aber dann war es eben die Leggings oder die Hose und das T-Shirt, was Martin ausgewählt hatte. Und unser Kind fand die Auswahl nicht gut und hat angefangen zu schreien und zu weinen und zu wüten und naja, das ist jetzt übertrieben. Es hat sich einfach sehr lauthals und vehement beschwert. Und früher wären wir runtergerannt und hätten gesagt, möchtest du das T-Shirt oder das oder das oder das und hätten noch zehnmal anprobieren lassen, obwohl es von der Zeit her nicht mehr drin war. Und heute ist es so, dass wir sagen, du hattest deinen Zeitraum, heute Morgen hattest du Zeit, du hast die Entscheidung abgegeben. Wir haben die Entscheidung für dich jetzt getroffen. Du wirst jetzt diese Entscheidung mittragen. Ich verstehe, dass dich das im Moment frustriert. Trotzdem müssen wir jetzt gehen. So. Und haben halt das Haus verlassen. Genau. Ganz entschieden das Haus verlassen. Ja. Und natürlich, das Kind war dann auch alles gut. Ich habe ihn auf den Arm genommen, habe ihn hingesetzt und meinte, hey, das nächste Zimmer weißt du das. Wenn du dir Kleidung aussuchen möchtest, dann machst du das selber in dem Zeitraum, den du hast. Und jetzt ist eben nicht mehr der Zeitpunkt dafür, weil wir Eltern sind ja dazu, also wir sind ja fürs Zeitmanagement verantwortlich. Genau. Also so setzen wir das konkret um. Und in der Frage ist schon mal das erste Missverständnis weg von bedürfnisorientierter Erziehung und hin zu klare Führung. Das stimmt halt nicht. Das stimmt einfach überhaupt nicht, weil klare Führung bedient das Sicherheitsbedürfnis der Kinder. Und deshalb schließt sich Klarheit und Bedürfnisorientierung überhaupt nicht aus. Also man müsste eigentlich sagen, dass diese Klarheit, also ich habe immer so ein Beispiel in meinem Kopf, das funktioniert ein bisschen besser für kleinere Kinder. Denkt euch so ein Kind, das vielleicht ein Jahr alt ist oder so. Das steige Kind. Für die Analogie. Und zwar, stellt euch vor, ihr seid auf so einer Bergtour, so einer Alpentour und habt dann so einen Alpenführer und das ist halt ein bisschen kompliziert. Ihr habt so Kletterpassagen und ihr kennt euch überhaupt nicht aus und seid auf diesen Alpenführer angewiesen. Und ihr kommt dann an Weggabelungen und der Alpenführer fragt euch, ja wollt ihr jetzt hier lang gehen oder hier lang? Keine Ahnung. Aber ein Weg ist besser oder schlechter, ihr wisst das nicht, ihr habt noch nie eine Bergführung gemacht. Wo geht es denn lang? Und ihr habt einfach keine Ahnung und dann werdet ihr ständig gefragt, na wollt ihr jetzt da lang oder da lang oder wollt ihr jetzt da lang? Oder auch, ja, welche Ausrüstung ihr braucht, ja das könnt ihr selber entscheiden. Genau. Und dann, da würde ich mir, da würde ich mir doch auch dann als, als die Person, die geführt wird, einfach komisch vorkommen und würde mir denken, ja, ich habe doch keine Ahnung, sag mir einfach, wo es lang geht. So und dann würde ich mich auch nicht sicher fühlen, einfach bei dem Alpenführer. Und ich glaube so ein bisschen. Und bei älteren Kindern ist es so, die haben schon öfter eine Bergwanderung gemacht, die kennen die ganze Ausrüstung, die waren schon bei jedem Wetter mit dabei. Je älter die werden, desto mehr Erfahrung haben die im Wandern und im Klettern. Und deshalb kannst du die auch schon drei Schritte gehen lassen. Ja. Und die können auch schon so ein bisschen selbst mitentscheiden, aber trotzdem gibst du immer noch den Weg vor. Ja. Weil du kennst die Wege, die die noch nicht gelaufen sind. Du sagst, wir gehen jetzt dort und dorthin. Die Wege, die die schon gewandert sind, dürfen die selber wandern, aber die neuen Wege, die gibst du immer vor. Ja, oder du gibst einfach ein Ziel vor, sagst, wir wandern jetzt dort und dorthin und das Ziel steht, aber lässt dein Kind halt auch mitreden, wo es lang gehen möchte und sagst dann, okay, gut, dann können wir da lang gehen. So wäre das dann mit älteren Kindern. Das Ziel auch dahin führt. Genau, aber halt, es geht schon, das Ziel ist vorgegeben und das wäre so, das ist so eine Analogie, die ich im Kopf habe und deshalb, ja, Klarheit ist halt ein Teil von Bedürfnisorientierung und ist auch total wichtig für die Kinder. Also im Endeffekt haben wir damals oder gemeint oder auch gesagt, glaube ich, mehrfach, dass wir nochmal viel mehr zwischen Bedürfnissen und Wünschen unterscheiden und halt, dass es halt bei diesen ganzen, ich glaube im Endeffekt, also für mich macht das den Unterschied zwischen kindzentriert oder eben familienzentriert oder familienorientiert, weil in vielen, in vielerlei Hinsicht haben wir Bedürfnisorientierung, bedürfnisorientierte Erziehung kindzentriert gelebt, weil zur bedürfnisorientierten Erziehung kommt ja dann nicht nur, also es gibt ja nicht nur den bedürfnisorientierten Ansatz, sondern es gibt auch den Montessori-Ansatz und dann noch irgendwie hier pädagogisch wertvoll irgendwas fördern, damit das Kind irgendwie mit drei schon schreibt oder keine Ahnung was, aber das gehört eigentlich alles nicht mit zu dem, also ich weiß nicht, ich finde die Grenzen vermischen halt so und im Endeffekt geht es darum, dass ihr euer Familienleben so lebt, dass es allen Familienmitgliedern gut ist, was halt auch die Kernaussage von bedürfnisorientierter Erziehung ist, nur dieses ganze Drumherum mit wie ich mein Kind am besten fördere und was am besten für mein Kind da und da in der Situation und die Bindung und bla bla bla, das ist glaube ich alles, das liegt alles nicht so schwer im Endeffekt. Ja, am Ende geht es uns halt darum, dass wir, also es ist halt die Frage, wollen wir ein Kind erziehen, was halt am Ende dann sehr auf sich bezogen ist und gewohnt ist, einfach das zu bekommen, was es will und auf sich zu schauen oder wollen wir ein Kind erziehen, das halt auch die Gemeinschaft im Auge hat, weil genau das macht man im Endeffekt damit, dass man nicht immer kindzentriert ist und dem Kind nicht jeden Wunsch erfüllt, erzieht man das Kind halt auch einfach dazu, auf andere zu achten, sich halt in eine Gemeinschaft einzufügen, dort eine Rolle einzunehmen und also ein Stück weit einfach auf die Mitmenschen zu achten. Also das bedeutet jetzt nicht, dass ihr gar nichts mehr tut, was eure Kinder gerne machen, also natürlich könnt ihr euer Kind trotzdem noch bei einem Turnverein anmelden oder was auch immer, nur es geht halt darum, dass ihr euren Alltag schon auch so gestaltet, dass er für euch gut ist und für mich ist der Alltag zum Beispiel nicht gut, wenn ich drei Stunden am Tag mit dem Kind auf dem Kinderzimmerboden sitze und spiele, weil es macht mich wütend. Deshalb mache ich das nicht, deshalb, wenn ich mit den Kindern in Verbindung gehe, dann in anderen Situationen, zum Beispiel beim Kochen oder beim, weiß ich nicht, Gespräche führen, also es ist jetzt egal, also ich meine nur, das ist für mich so ein zentraler Punkt, der mich so erleichtert hat, irgendwie zu hören, du musst nicht mit deinem Kind mit Spielzeug spielen. Ja. Das musst du nicht, das müssen Eltern nicht machen. Ich sage das meinen Kindern auch klipp und klar, wenn heute Morgen meinte unser Sohn, Mama, spielst du mit mir Lego? Und ich spiele mit ihm Lego, wenn er das Erwachsenen-Lego baut, also diese Anleitung und so, das mache ich super gerne mit ihm. Aber was ich nicht gerne mache, ist mich auf den Kinderzimmerboden setzen und Lego Duplo bauen, irgendwelche random Sachen. Das macht mir keinen Spaß und deshalb habe ich zu ihm gesagt, nein, mache ich nicht. Macht mir keinen Spaß. Das ist, kannst du mit einem anderen Kind spielen. Das ist Spielzeug, das musst du mit einem anderen Kind machen, mit mir kannst du das nicht machen. So und ich weiß nicht, ob das jetzt kommt wahrscheinlich schon wieder falsch rüber, weil das klingt jetzt so, als ob ich nie mit meinem Kind irgendwie was machen würde, was er gerne macht. Aber mir geht es darum, ihr dürft auch sagen, das macht mir keinen Spaß. Ihr würdet auch nicht euch mit einer Freundin treffen und dann oder mit eurem Partner Dinge tun, auf die ihr keinen Bock habt. Das ist so ein Punkt so, ihr könnt euer Kind aber jederzeit zu eurer Aktivität einladen. Das heißt, wenn euer Kind sagt, ich möchte das und das machen, dann sagt ihr, okay, aber darauf habe ich wirklich keine Lust. Aber wir können XYZ machen, darauf hätte ich Lust. Zum Beispiel spiele ich mit unserem Kind auch voll gerne Uno oder so. Also wenn er halt Verbindungen sucht, dann sage ich, ja, das vielleicht nicht, aber wie wäre es mit damit? Und dann sagt er, nee, Uno spielen würde ich heute auch nicht, aber wir erst mit Q und Kuh spielen, dann spielen wir das langweilste Spiel überhaupt, aber dann spielen wir halt Q und Kuh. So. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich möchte das gerne... Also es ist so ein Miteinander irgendwie. Okay, die Verwirrung ist perfekt. Oh Mann. Nein, das ist schon okay. Ich würde das gerne nochmal vielleicht ein bisschen zusammenfassen. Am Ende geht es in der Erziehung, wie wir sie jetzt machen würden, nicht darum, dass man aus Prinzip sagt, das muss ich jetzt machen und das muss ich jetzt nicht machen. Also natürlich muss man gewisse Sachen machen, wie das Kind braucht Essen und so. Ist jetzt selbstredend. Ich denke, das checkt schon jeder. Aber es geht nicht darum, jetzt aus Prinzip irgendwie zu sagen, ja, du darfst jetzt nichts anderes anziehen, weil ich möchte klare Führungen übernehmen. Das nicht. Es geht auch nicht darum, aus Prinzip zu sagen, keine Ahnung, ich muss jetzt mit dem Kind spielen, weil ansonsten entwickelt das sich schlecht oder ich bin eine schlechte Mutter. Es geht einfach darum, ihr dürft einfach euer Familienleben so führen, wie es am besten ist und wenn es halt einfach gerade nicht passt, dass das Kind einfach nochmal Klamotten bekommt, dann bekommt es das einfach nicht. Und ihr gebt die Tagesstruktur vor. Das heißt, wenn ihr wisst, jetzt muss Essen gekocht werden, dann kocht ihr Essen und ihr ladet euer Kind ein, entweder mit zu kochen oder es macht eben das, was es machen will. Und da muss man dann auch mal den Frust aushalten und die Langeweile aushalten. Ihr müsst es wirklich nur zwei Minuten länger aushalten, als ihr das Gefühl habt, ihr haltet es nicht mehr aus. Es ist jedes Mal so, wenn ich denke, ich halte das nicht mehr aus, ich muss dieses Kind jetzt beschäftigen, es nervt mich, dann warte ich noch zwei Minuten und auf einmal hat das Kind eine eigene Beschäftigung gefunden. Kinder müssen auch lernen, sich selbst zu beschäftigen. Heutzutage, und das schreibt, glaube ich, auch Jesper Juhl in seinem Buch Aggression, generell, ich liebe Jesper Juhl, die Kinder werden immer mehr bespaßt, es wird immer mehr so getan, also die lernen gar nicht mehr, dein selbstbestimmtes Kind, daran schreibt er das. Die lernen gar nicht mehr, Dinge irgendwie selbst zu erleben, weil die Eltern das Gefühl haben, sie müssen ihnen ständig Input liefern, Input liefern, Input liefern, aber tatsächlich ist das genau das Falsche, was man bei einem Kind tun kann, weil so kann sich ein Kind nicht entfalten und dadurch werden die Konflikte immer größer, weil das Streben nach Autonomie ja immer weniger befriedigt wird. Und dann kommt so eine Fake-Autonomie wie, möchtest du die pinke Hose anziehen oder die blaue Hose, was keine wirkliche Autonomie ist. Also das ist halt, das ist das Nächste so, wenn du eurem Kind so, das hat nichts mit Autonomie zu tun, wenn ihr eurem Kind zwei Sachen vorgebt und dann sagt so, ja such dir eins von beiden aus, es ist Fake-Autonomie. Es wäre richtige Autonomie, wenn euer Kind quasi, wenn ihr sagt, das ist der Zeitraum, jetzt suchst du dir was, also ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber halt so, ja, ihr müsst eurem Kind nicht immer ständig alles vorgeben, ihr könnt euren Kind einladen, mit bei eurer Aktivität mitzumachen und dann auch nicht immer kommentieren. Vorher zum Beispiel haben die Kinder angefangen, Lego-Bausteine durch die Gegend zu schmeißen, die haben die so, unser Sohn hat irgendwie so wie so einen Schläger gebastelt und dann halt so einen Lego-Baustein so weggeschlagen. Vor einem Jahr hätte ich das, hätte ich geschimpft, hätte gesagt, du darfst das nicht machen, hör auf damit, das ist, so spielt man nicht damit oder keine Ahnung was und jetzt kommentiere ich das gar nicht mehr. Er beschäftigt sich, er räumt es am Ende auch wieder auf, alles gut. Ja, ja am Ende geht es halt auch einfach darum, dass, dass ihr müsst halt als Eltern auch gewisse Dinge machen, so es, wenn ihr, wenn ihr möchtet, also es muss irgendwie Essen auf dem Tisch, es muss eingekauft werden, es muss blubb und das ist einfach so anstrengend. Man muss sich so verbiegen, um die ganze Zeit das Kind zu bespaßen und zu beschäftigen. Man muss sich auch verbiegen, um jeden Kind, jeden Wunsch irgendwie zu erfüllen und das muss halt alles nicht sein und das kommt einfach dem Familienleben sehr zugute, wenn einfach, wenn es einfach gesagt wird, okay, jetzt ist der Punkt verpasst, jetzt wird nicht nochmal umgezogen, wir müssen los oder, nee, ich tische dir jetzt kein neues Gericht auf, weil dir das jetzt nicht schmeckt oder so oder man kann ja, also beim größeren Kind würde ich sagen, okay, dann such dir was anderes aus, aber du kümmerst dich dann jetzt um dein Essen, ich habe dir jetzt hier Essen auf den Tisch gebracht. Ja genau, das macht ja unser größeres Kind auch. Ich muss nicht, ich muss nicht, während ich koche, noch mit meinem Kind spielen. Sowas muss alles nicht sein und darum geht es im Kern. Das ist halt alles so ein bisschen relativ und alles sehr individuell. Es geht nicht darum, gewisse Dinge aus Prinzip nicht zu tun oder gewisse Dinge aus Prinzip zu tun. Es geht einfach nur darum, dass das Familienleben für euch gut gestaltet wird, dass ihr das schafft, was ihr, was ihr schafft, dass ihr das mit dem Kind macht, was ihr machen möchtet, was euch gut tut und nicht irgendwie euch selbst einen Zwang auferlegt, ja, ich muss ja mit dem Kind spielen, weil sonst passiert jetzt dies und das. Das ist nämlich alles, alles okay so und im Endeffekt geht es darum und nichts weiteres und das ist halt, es ist halt gerade Bedürfnisorientierung, weil damit ist das Sicherheitsbedürfnis von dem Kind nochmal besser erfüllt und eure eigenen Bedürfnisse werden besser erfüllt und das funktioniert einfach besser und das Kind profitiert am Ende sehr davon, wenn ihr entspannter seid, weil das Kind braucht jetzt nicht nochmal 30 Minuten Lego auf den Boden spielen, aber das Kind braucht liebevolle und zugewandte Eltern. Ja, genau und also im Endeffekt ist es so, wenn man das sich so vorstellt, ihr gebt den festen Tagesablauf vor, ihr gebt vor, was gemacht wird. Natürlich bezieht ihr euer Kind mit ein und je älter es wird oder beziehungsweise es geht, also kein Kind wird zu irgendwas gezwungen eigentlich. Das ist aber natürlich nicht in jeder Familie so umsetzbar. Also theoretisch würde es dann auch bedeuten, dass euer Kind nicht dazu gezwungen wird, in die Kita zu gehen. Aber wenn jetzt alle Familien mit dir das Haus verlassen, weil sie zur Arbeit gehen, bleibt dem Kind ja nicht viel anderes übrig, außer dass ihr es mitnehmt zur Arbeit, was natürlich jetzt wieder nicht jeder Arbeitgeber mitmachen würde. Aber so vom Grunde her, kein Kind wird zu irgendwas gezwungen. Das heißt, wenn euer Kind dann alt genug ist und sagt, ich möchte nicht mit auf den Familienausflug, sagen wir, es ist sieben Jahre alt und sagt, ich habe keinen Bock, ich komme nicht mit ins Kino, dann sagt ihr, okay, dann bleibst du halt zu Hause. Ich glaube, mit sieben Jahren darf ein Kind zu Hause bleiben, oder? Ich glaube nicht. Doch, ich glaube für zwei Stunden oder so schon. Hä, da sind die doch schon in der Schule. Ja, ich habe keine Ahnung, ob man ein Kind alleine zu Hause lässt, um ehrlich zu sein. Ich auch nicht, aber ich glaube, mit sieben geht es schon. Und genau, auf jeden Fall, dann würde es halt nicht dazu gezwungen werden. Das ist das Erste. Und das Zweite ist aber, ihr gebt den Tagesablauf vor. Das heißt, ihr habt eure Dinge, die erledigt werden müssen und ihr erledigt ihr. Ob eure Kinder dabei mitmachen oder in der Zeit spielen, steht ihnen halt frei. Also zum Beispiel auch beim Kochen, ich werde immer gefragt, ja, wie schaffst du das, dass dein Kind so ausdauernd mitmacht beim Kochen? Ja, weil unser Kind immer mitmachen darf, aber nie bis zum Schluss mitmachen muss. Unser Kind hat am Anfang, als es ganz klein war, halt drei Sachen geschnitten. Dann ist es abgehauen zum Spielen. Dann kam es nach einer halben Stunde wieder, hat nochmal was gemacht, irgendwas umgerührt. Dann ist es wieder abgehauen. Also halt so, dass man die Kinder einlädt, aber es ist halt nie ein Zwang. Ja, es geht halt am Ende auch darum, dass das Kind eben, also dass die Dinge, die erledigt werden, machen erledigt werden. Haushalt, Kochen, whatever so. Und dass das Kind halt immer mitmachen darf, aber nicht muss. Und dann lernt das Kind halt, dass es irgendwie an diesem Familienleben teilhaben kann. Dass es einen Beitrag leisten kann. Aber wenn das Kind einfach, also wenn das klar ist, ich mache dem Kind nebenbei Fernsehen an, damit es nicht stört, oder das Kind wird irgendwie bespaßt nebenbei, dann lernt das Kind ja, meine Aufgabe in der Familie ist es jetzt hier, passiv zu sitzen und was anderes zu machen. Aber das, was da passiert, das ist, das geht mich nichts an. So, das lernt das Kind dann. Ein Hauptproblem unserer Gesellschaft, glaube ich generell, dass Menschen so aufwachsen, dass sie denken, ja, was die anderen machen, geht mich nichts an. Was ich auch also generell wichtig finde, dass man den Beitrag, den die Kinder leisten, annimmt. Das habe ich auch schon öfter gesagt, aber es ist so, so, so wichtig. Wenn ihr Pfannkuchenteig macht und euer Kind sagt, lass uns da Orangenschale reinraspeln, dann raspelt ihr scheiß Orangenschale da rein, weil es schmeckt auch gut. Oder wenn das Kind sagt, lass uns da Chili reinmachen, dann sagt ihr, ah, das ist auch eine gute Idee, aber weißt du, wenn wir Chili reinmachen, dann wird das ziemlich scharf, dann tut es im Mund weh. Und dann sagt euer Kind, ach ja, das wird scharf, nee, das würde ich auch nicht machen. Ja, genau. So, bestimmte Dinge auch einfach ausprobieren lassen. Also wenn es jetzt auf das Chili bestehen würde, dann sagt ihr, okay, dann lass uns das erstmal an, vielleicht schmeckt es auch geil, das wisst ihr nicht. Also das ist das Nächste, Kinder kommen auf super geile Ideen. Letztens haben wir einen Eintopf gekocht und mein Sohn meinte, Mama, lass uns Essig reinmachen. Und ich habe erst mal nachgefragt, warum willst du Essig reinmachen? Weil ich wollte wissen, ob unser Kind überhaupt weiß, was es bedeutet, Essig irgendwo reinzumachen. Da meinte unser Kind, naja, damit es ein bisschen sauer wird, war ich so, okay, mach. Hat er zwei Esslöffel Essig reingemacht ungefähr. Das hat mega geil geschmeckt. Also lasst eure Kinder auch ausprobieren. Genauso wie mit der Orangenschale im Pfannkuchenteig. Okay, lasst es eure Kinder ausprobieren. Dann haben nämlich eure Kinder das Gefühl, oder dann ist es ja auch so, dass sie Einfluss auf die Gestaltung des Familienlebens nehmen können. Und das ist es, wodurch sie sich geliebt fühlen. Durch sowas fühlen sich Menschen geliebt und anerkannt. Ihr könnt eurem Kind alles hinterher tragen, immer jeden einzelnen Wunsch erfüllen. Euer Kind wird sich nicht geliebt fühlen. Euer Kind wird sich erst zu dem Zeitpunkt geliebt fühlen, zu dem es merkt, dass ihr es in seinem vollen Wesen mit seinen Ideen wertschätzt. Ja, voll. Und wie gesagt, wenn das Kind halt eine Idee hat, die einfach nicht passt, dann sagt ihr erst mal, ah, das ist eine gute Idee, auch wenn es keine gute Idee ist. Und erklärt dem Kind dann, warum das eigentlich nicht so eine gute Idee ist. Oder eine spannende Idee, kannst du ja auch sagen. Also letztens zum Beispiel haben wir auch gekocht. Aber halt die falsche Reaktion wäre zu sagen, nein, das machen wir nicht, das ist eine schlechte Idee. Dann fühlt sich das Kind halt nicht gewertschätzt. Sondern das ist halt eine Zurückweisung dann in dem Sinne. Also es war auch letztens spannend, weil da meinte unser Kind, er möchte eine ganze Knoblauchblume, ich weiß nicht, ob man das so nennt. Knolle. Knolle. Eine Blume ist das, was oben rauswächst dann. Eine ganze Knoblauchknolle, also so, weiß ich nicht, 15 Knoblauchzehen in den Eintopf machen. Und da meinte ich halt auch, okay, können wir machen. Viel Knoblauch kann aber auch scharf sein. Und ich weiß, dass unser Kind halt scharf nicht so mag. Und ich wusste auch, wenn wir dann allen Knoblauch reinmachen, wird er es wahrscheinlich nicht mögen, weil es eben scharf wird. Und dann hat er so drüber nachgegangen, meinte so, nee, dann machen wir nur so und so viel rein. Und sowas oder halt auch, was man dann auch sagen kann, so normalerweise würde ich jetzt so und so viele Zehen reinmachen, dass man so ein bisschen so eine Richtung vorgibt. Aber halt, wenn das Kind darauf besteht, dann halt eine Lösung findet, wie sich das Kind halt auch wertgeschätzt fühlen kann. Ja, was glaube ich auch ganz, ganz wichtig ist zu dem Thema, ist, also wir haben viele Inspirationen aus dem Buch Kinder mehr zutrauen von Mykling Duclef. Findet ihr dann auch in den Shownotes. Und da geht es halt darum, dass die Autorin bei Maya war, bei den Indigenen Völkern. Genau, bei Indigenen Völkern und geguckt haben, wie erziehen die ihre Kinder. Und da halt so Werkzeuge rausgenommen hat, die auch funktionieren können in anderen Familien. Und wenn ihr das Buch lest und halt irgendwelche Werkzeuge ausprobiert, ihr müsst halt schauen, ob das für euch passt oder nicht. Also das ist auf jeden Fall, man muss das nicht eins zu eins umsetzen, wie es da drin steht. Kann man auch gar nicht. Total wichtig, weil wir sind keine Inuit, wir sind auch keine Maya, wir sind auch keine Hatz. Also wir haben einfach ganz andere Bedingungen. Wir sind selbst ganz anders groß geworden. Da kann man sich gut Inspirationen draus holen. Aber wenn ihr merkt, so einige Sachen funktionieren nicht so gut, das war bei uns auch so. Einige Dinge haben einfach nicht so gut funktioniert, dann haben wir die wieder sein lassen. Oder waren halt nicht ganz so strikt. Aber mit funktioniert meinen wir halt damit nicht, dass unser Kind wie eine Bedienungsanleitung funktioniert hat, sondern dass wir gemerkt haben, und dass wir uns damit nicht so wohlfühlen. Das passt nicht für uns. Weil wir halt zum Beispiel wütend werden im Vergleich zu den Inuit oder so. Genau, also da gerade bei den Inuit. Die sind halt emotional krass intelligent. Genau, die sind halt emotional so, also die werden schon so groß, dass die einfach kaum wütend werden überhaupt, weil die das halt so krass merken und so. Und deshalb können die einige Sachen machen, die funktionieren aber nur, weil sie nicht wütend werden. Und die funktionieren absolut nicht, wenn man wütend wird. Und wir werden... Weil das ist passiv-aggressiv. Genau, genau. Sonst wird das halt zu sowas passiv-aggressiven, gewaltvollen. Funktioniert klingt immer so falsch. Es ist halt eine Art der Kommunikation, die nur wertschätzend sein kann, wenn man nicht wütend ist. Genau. Aber sobald man auch nur ein bisschen gestresst oder frustriert ist, ist diese Kommunikation nicht mehr wertschätzend, sondern passiv-aggressiv. Genau, also nur noch mal ganz am Rande, falls ihr das Buch lest, schaut einfach, was für euch passt. Manche Sachen passen einfach nicht, weil wir sind einfach westliche Kultur. Und das ist... Ja, wobei ich sagen muss, das Maya-Kapitel schon sehr... Da ist sehr viel hilfreich. Bei dem Maya-Kapitel und auch bei dem Hatzak-Kapitel. Nee, da ist ja auch eigentlich alles gut und hilfreich, aber nicht alles funktioniert einfach für jeden. Also ich bin generell der Meinung, ihr müsst einen eigenen Weg finden. Und darum geht es ja auch bei der bedürfnisorientierten Erziehung. Im Endeffekt geht es darum, dass ihr eben wertschätzend Kindern gegenüber seid und sie als vollwertige Menschen wahrnehmt und ihre Grenzen einfach auch annehmt, wenn sie so sind. Wir geben alle unser Bestes. Wir müssen alle herumprobieren. Das ist das Nächste so. Ihr müsst nicht so viel Schuld und Scham wegen allem haben. Wenn ich mir überlege, so das Wichtigste bei Eltern ist, dass sie ihren Kindern zuhören und ihre Fehler auch mal eingestehen und sagen, ja, du hast recht und es tut mir leid. Und draus lernen. Und draus lernen. Versuchen, das besser zu machen. Weil, also wenn ich mir überlege, wie sehr ich meine Eltern liebe, also die müssten sich so viel leisten, dass ich aufhöre, sie zu lieben. Ja, voll. Ich meine, da haben wir jetzt in der vorletzten Folge, wie wir mit Fehlern umgehen oder so heißt die, schon ausführlich darüber gesprochen. Aber an der Stelle kann ich es ja nochmal sagen, wir alle machen halt Fehler. Und das ist halt so. Und wir machen alle Fehler als Eltern. Und es geht wirklich nur darum, unser Bestes zu geben und einfach versuchen, das besser zu machen. Wir haben alle unterschiedliche Voraussetzungen. Und that's it. So, wir müssen das alle für uns herausfinden und lernen. Ich habe noch ein sehr gutes Beispiel für dieses Autonomielassen in einem Rahmen. Weil wir haben jetzt zum Beispiel am Wochenende war ja Familientreffen. Und da war ja auch der feste Rahmen, wir gehen zu den Feierlichkeiten. Das ist vorgegeben. Dann und dann sind wir da und da. Abends sind wir auf einer Party gewesen. Und die Kinder waren überall mit dabei. Das war der feste Rahmen. Aber wie sie sich, was sie innerhalb dieses Rahmens gemacht haben, stand ihnen komplett frei. Irgendwann hat unser Sohn zum Beispiel sich so ein Seil genommen und hat halt angefangen, irgendwie so Stühle zusammenzubinden und irgendwo so halt so Sachen zusammengebunden und keine Ahnung was. Wollte sich an Spidey-Netz knoten. Genau. Und war halt dann so Ewigkeiten damit beschäftigt. Und so, das ist dann halt auch wieder Autonomie, weil die Kinder halt das machen dürfen, was sie wollen. Ohne dass jemand die ganze Zeit sagt, nee, da nicht hin und das nicht und das nicht. Und ich dachte mir halt auch so ganz ehrlich, wenn er halt, also es war eine geschlossene Gesellschaft, also wir waren jetzt nicht irgendwie in einem Restaurant. Er hat irgendwie fremden Leuten was umgebunden oder so. Aber ja, dass sie sich halt frei bewegen können, das ist halt viel mehr Autonomie als jetzt zu sagen, möchtest du jetzt noch zehn Minuten länger auf dem Spielplatz bleiben? Möchtest du Kartoffeln oder Nudeln essen? So, keine Ahnung. Ihr müsst auch nicht immer wissen, welches Bedürfnis jetzt genau dahinter steckt. Also wirklich nicht. Das ist nicht so wichtig. Ihr müsst nicht jedes Mal ganz genau wissen, ach, das ist jetzt das Sicherheitsbedürfnis, das ist jetzt das Bedürfnis nach Wertschätzung. Es ist meistens ein Potpourri aus Bedürfnissen. Also es ist nicht immer nur eins. Und es geht auch gar nicht genau darum, dass ihr müsst nicht genau wissen, was in eurem Kind vor sich geht. Ihr müsst eurem Kind einfach nur sagen, egal was gerade in dir vor sich geht, ich bin für dich da und wir können es gemeinsam herausfinden, was jetzt gerade hilft. Ja. So, das finde ich vielleicht auch noch wichtig, weil ich finde, wenn man bei der bedürfnisorientierten Erziehung sich so sehr an diesen Bedürfnissen festnagelt, dann kommst du aus dem Denken nicht mehr raus. Ja. Ja, vorher. Das ist halt alles, wir haben halt die bedürfnisorientierte Erziehung und das sind halt so ein paar Sachen festgesteckt, die sein sollen, aber wie man sie umsetzt, so dass, also, es gibt natürlich viele Informationen, wie man sie umsetzen kann und alle erzählen irgendwas, aber im Endeffekt ist, wie man Bedürfnisorientierung umsetzt, komplett individuell. Ich würde halt auch gar nicht, würdest du sagen, dass wir bedürfnisorientiert erziehen, all in all? Ich denke schon, ja. Ja, gut, aber ich würde es halt selber auch nicht mehr so nennen, weil bestimmte Dinge finde ich halt zum Beispiel, in manchen Situationen finde ich, wenn, dann zum Beispiel extrem angemessen, weil, also es gibt ja auch so Leute, die dann sagen ja immer nur gewaltfreie Kommunikation und so weiter, aber ich finde halt, dass es schon auch manchmal Sinn macht, einem Kind aufzuzeigen, zum Beispiel, wenn du jetzt nicht kurz ruhig bist, kann ich mich nicht konzentrieren und dann können wir hier nicht weitermachen. Ja, ich habe meinen, ich habe meinem Kind auch erklärt, jetzt kannst du die Knöpfe vom Ofen rausmachen und den anschalten, habe ich erklärt, naja, wenn du das machst, dann kann es sein, dass es hier anfängt zu brennen. Deshalb, du darfst da nicht einfach so rumdrehen. Und das ist ja einfach wirklich, das sind ja dann in dem Fall wirklich natürliche Konsequenzen. Ja gut, aber das ist ja noch was anderes, aber halt so, also ich finde auch sowas wie mit dem eigenen Befinden. Also ich habe das nämlich voll oft, dass ich zum Beispiel kurz Ruhe brauche, wenn eine Situation irgendwie verwirrend wird, dass ich kurz brauche, dass alle ruhig sind, damit ich nachdenken kann, was jetzt der nächste Schritt ist. Und da sage ich den Kindern ganz klipp und klar, ihr müsst jetzt ruhig sein, sonst kann ich euch nicht weiterhelfen, sonst können wir hier nicht weitermachen. Und das machen die auch meistens mit. Ja. Und das finde ich ist halt auch, also das ist keine Drohung, finde ich. Und deshalb finde ich es auch manchmal, es ist verschwimmen. Es ist nicht alles eine Drohung. Ihr würdet ja auch eurem Partner sagen, jetzt sei mal kurz leise, ich muss mal kurz nachdenken. Ja. So, es geht einfach nur darum, dass ihr eure Kinder wertschätzt. Ja, also ich würde die Bedürfnisorientierung halt auch nicht so festnageln, wie so eine Checkliste, ihr müsst das machen, das, 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 das. Das ist ja auch alles ein bisschen Quatsch, weil das wirklich so individuell ist. Und wie gesagt, es gibt für mich, gibt es halt einige Eckpfeiler, wie halt Kinder als auf Augenhöhe behandeln. Ja, also die gleiche Würde zugestehen und so weiter. Solche Sachen gibt es, aber was dazwischen passiert, das ist einfach, wer weiß schon, was richtig ist, ganz ehrlich. Mit den Worten möchte ich gerne den Podcast beenden. So, wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat, dass die Fragen interessant waren. Ich habe, mal gucken, ob wir nächste Woche wieder eine Fragenfolge machen. Schickt auf jeden Fall Fragen rein. Vielleicht werden wir sonst auch jedes Mal eine Frage beantworten. Schickt einfach Fragen und Feedback. Und wir gucken dann mal. Das ist cool. Genau. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.